Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Ruhe. Herr Repple, Sie haben sich für eine persönliche Erklärung gemeldet. Sie können nachher eine persönliche Erklärung abgeben. Jetzt bin ich dran, Herr Baron, und wir fahren fort in der Debatte. Und das Wort hat das Wort. Herr Repple, ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und Sie fliegen raus. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus der Sitzung ausgeschlossen. Sie verlassen jetzt die Sitzung. Nein, unterbrechen Sie? Sie unterbrechen, ich muss ja unterbrechen. Herr Abgeordneter Repple, meine Damen und Herren, Moment. Herr Abgeordneter Repple, wir haben eine Geschäftsordnung. Sie können sich gerne später dagegen wehren, aber jetzt gilt es auf jeden Fall. Und Sie sind aus der Sitzung ausgeschlossen. Ich bitte Sie, den Saal zu verlassen. Ansonsten ist die Sitzung erst mal unterbrochen. Und wir machen erst weiter, wenn Sie draußen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war das erste Mal in der Geschichte des Hauses, dass nach einem Sitzungsausschluss die Polizei gebeten wurde, ein Mitglied des Landtags aus dem Sitzungssaal zu begleiten. Das ist nicht üblich und sollte in einem Parlament, das respektvoll miteinander umgeht, auch nicht nötig sein. Diese außergewöhnliche Hinzuziehung des polizeilichen Objektschutzes, der regulär im Landtag vertreten ist, war der Tatsache geschuldet, dass die beiden Adressaten meiner Aufforderung nicht Folge geleistet haben. Ich danke an dieser Stelle den Polizeibeamten ausdrücklich dafür, dass sie mir zur Durchsetzung des Hausrechts verholfen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017